Na jetzt kommt Verstärkung für die. Und der erste haben wir gleich mal wieder. Wieder mal zwei haben wir. Dann werden wir einen Spawn hier wegmachen. Eine Galaxy, leerer Panzer schätze ich mal, wahrscheinlich Schimmingschapskorn genommen. Was er jetzt auch hat. Mist, kommen wir nicht hoch. Hat auch kein leerer Panzer. Das ist doch jetzt ein bisschen härterer Kampf. Aber lustig dann noch. Hm, das ist aber schon eher schon da. Jetzt probiert. Hüt. Der Hüt. Das macht man nützlich. Jetzt töt. Der Hüt. Der Hüt. Und der auch. Jetzt wird's auch weg. Was ist mit dir? Oh, ich bin mal froh, dass er nicht besetzt ist. Mit Clayhouse-Korn genommen. Ja, nicht mich. So. Ich denke der Angriff wird auch abgeschlagen worden sein. Nein, jetzt kommen sie mit dem Sand, aber... ...zwei Mann. Nein, ich hab mich noch gesehen. Mist. Dann hol' ich mir gleich mal nen Panzer, ne? Macht ne Sonnen-Di weg. Leit'n-Egg. Das dürfte man aber jetzt nicht... Das dürfte mich eher jucken. Ich hasse eigentlich Panzer. Ja. Ich mach meinen Panzer, ich kill dich. Ich will dich jetzt kille. Ja, bleibst du weg? Da kommst du nicht rein. Das ist nämlich nicht nett. Achtung. In der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit. Ja, ich hab mir's fast gedacht. Ah, es könnte knapp werden. Ja, Mist. Hat nicht ganz gereicht. Ah, ja. Ah, die Sandys werden uns noch Probleme machen. Ich denk mir, sollten sie mal knacken. Das wäre sie knacken sollten. Ich wollte ihnen mehr Probleme machen, als sie nützen. Boah. Glück. So. Jetzt gehen wir hoch. Nein! Nicht drüber. Ich will eigentlich nur hoch. So. Jetzt schleichen wir hoch. Nein! Da hat mich das an Lightning gesehen. Ah, verdammt. Hm. Noch doch mehr Probleme, als ich gewollt habe. Und dann... Bin ich da durch? Nein! Also jetzt muss ich den kurzen Weg außenrum nehmen, ne? Ja, bringt uns dann immer noch ran. Oh. TNT blenden. C4. Und tschüss. Ja, ist gut, ich habe ihn. Ah, jetzt habe ich kein C4 mehr. Das ist nervig. Ah, ich habe auch noch mein Mana geschützt. So. Oh, von hinten noch. Oh, Mist. Oh, Mann. Kurz vor dem Schuss. Ich wollte schießen. Oh, ich hätte ihn gekriegt. Den Sandauer. Gut, vorne ist anscheinend wieder sauber. Mist. Ein Schuss. Dann ist er weg. Oh, ich denke, ich gehe nach hinten da. Da wird jetzt ein bisschen mehr Action dann sein. Was ist da? Ich gehe mal dieselben wegzumachen. Oh. Mist. Ich weiß gar nicht, wie man Team-Chat... Ah, ja. So schnell hat der oder der... Sandauer. Ich glaube, der andere Sandauer ist jetzt... Na, der ist jetzt auch weg. Bestimmt, Töte. Der will Töter sein. Da kann ich jetzt ein bisschen an den Sand immer ran. Gucken wir mal, dass wir das wegmachen. Wer geht mir auf den Keks? Ja. Ja. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ganz komm. Hopp. 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 Ich muss aufpassen, wie er den einen, wo der oben hier rumkreist. Jetzt aber noch nicht, aber noch weiter. Der müsste weg sein. Jawohl. Jetzt ist der jetzt weg. Dann haben wir unsere Ruhe. Aber ich komme nicht in dieser einen Einheit daran. Ich will nicht hochkommen. Na komm, komm, komm nicht hin. Der Sande war es weg. Unser Team vervollständigt sich hier wieder. Und wir gehen nach Inder. Dann gibt es hier mal einen kurzen Cut. Und weiter geht es. Die Umgebung ist angenehmer. Da friert man nicht so. Treffen wir, treffen wir, treffen wir, treffen wir. Oh, das ist echt zu schnell. Schade. Schade, schade. Gleich mal hier. Sieh halt gehen. Ja, da bin ich selber schade. Max-Einheit noch. Oh, verdammt. Das wird jetzt wieder ein lustiger. Jetzt. Jawohl. Ungleich toter Panzer. Schade. Schöne Panzer. Nagelneuer Fabrik, nagelneuer Panzer. Kaputt. Weg mit dir. Lass ihn liegen. Kannst du dich aufstellen? Ganz will ich nicht. Natürlich. Jetzt kommt ein Lightning. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Okay, drei. Komm noch rein und dann geht's los. Ja, okay, dann nicht. Okay, zum... Die hat sich einen eigenen Flieger geholt. Okay, in den... Zum Platonpunkt. ajcie. Okay, wir fahren mit dirant. Danke. Das steht.